Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 32, Let's Play City Skylines Natural Disasters. Memphis begrüßt euch am Mikrofon und wir spielen weiter auf unserer Schweizer Karte. Und an der Stelle schon einmal vielen Dank für die zahlreichen Zuschauer bei den letzten Streams. Das war wirklich der Wahnsinn, wie viele Leute von euch da teilgenommen haben. Unglaublich, wir hatten zu Spitzenzeiten 35 Zuschauer im Stream und dafür auf jeden Fall ein richtig dickes Dankeschön erstmal. Geht raus an euch. Ja, und in der Schweiz oder auf der Schweizer Karte haben wir uns ja in den letzten Folgen vor allem um ÖPNV gekümmert. Soll heißen, wir haben uns hier so ein Busdepot gebaut, hier so eine zentrale Busstation, die Autobahn hier so ein bisschen umgebaut. Und vor allem dann hier hinten auch in der letzten Folge eine neue Bahnstrecke angelegt, die dann wie gesagt hier hoch in die Berge geht. Über das Dorf Proseken einmal und da ist wie gesagt auch schon ordentlich was los. Viele Züge auf jeden Fall unterwegs. Ja, ich weiß nicht, ich glaube so dicht dürfen die gar nicht aufeinander fahren. Egal, auf jeden Fall haben wir da einiges geschafft. Ich habe in der Zwischenzeit übrigens mal mit den Farbfiltern rumprobiert, denn es gibt einige Farbfilter, die die Grafik dann einfach ein bisschen anders aussehen lassen. Ich zeige die euch mal eben kurz. Ich habe jetzt aktuell hier den Grafikfilter Colorful Summer Day drin. Es gibt hier allerdings noch diesen Evergreen Filter. Und ich zeige euch den auch mal. Also ich muss sagen, ich finde das dann teilweise ein bisschen zu krass von dem grünen Ton. Ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, welchen ihr da besser findet. Also den hier oder dann den Colorful Summer Day. Ich zeige den auch nochmal. Den hier. Oder wollt ihr doch lieber, dass ich hier so einen ganz normalen nehme. Also den europäischen zum Beispiel. Das wäre der hier. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ihr könnt jetzt auch nochmal zurückspulen, falls ihr das mal vergleichen wollt. Ich lasse jetzt auf jeden Fall das Let's Play erstmal auf dem Colorful Summer Day. Und könnt ihr dann wie gesagt in die Kommentare schreiben. So und in dieser Folge wollte ich mich jetzt endlich mal um ein ganz wichtiges Projekt kümmern. Was ich schon so ein bisschen länger in der Schwebe halte. Und zwar ist das das Stadion. Und der Pipecutter hat vorgeschlagen, das könnte man ja eigentlich ganz gut hier Richtung Busbahnhof bauen. Denn ich meine, wir haben ja hier unsere zentralen Bahnhöfe und Infrastruktur etc. Und da könnte man das Ganze auf jeden Fall wunderbar hinbauen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Das ist nämlich echt eigentlich eine ganz gute Idee. Okay, sonst wäre mein Vorschlag gewesen, dass wir das hier hinten irgendwie hinbauen, so an den See. Aber hier passt es auf jeden Fall ein wenig besser. So und da muss ich jetzt gerade mal gucken. Ich habe wie gesagt einige Stadien, die ich hier bauen kann. Muss jetzt natürlich gucken, welches Stadion hier gut hinpasst. Ja, das dauert jetzt kurz, so einen kleinen Moment. So, da hätten wir auf jeden Fall dieses Fußballstadion hier. Was ist das eigentlich? Ich glaube, das ist ein Eishockeystadion. Das könnten wir ja direkt hier mit hinbauen, dass wir so eine Art Sportpark bauen. Und ja, das ist so ein ganz normales Vanillastadion, was ich aber nicht so cool finde, weil das einfach definitiv viel zu klein ist. So und bevor wir dieses Stadion bauen, werde ich hier dann das Terrain noch einmal ein wenig anpassen. Man muss jetzt gerade mal gucken hier, dass wir hier auf jeden Fall so eine Fläche haben, wo wir das Stadion noch einigermaßen gut hinbauen können. So, genau. Gehen wir nochmal hier raus, nochmal hier auf die Lupe und würden dann hier dieses Stadion einmal so hinbauen. So, und ich mache jetzt hier gerade mal Pause, weil es glaube ich sinnvoll ist, hier so eine eigene Abfahrt für das Stadion nochmal zu bauen. Soll heißen, ich gehe jetzt hier nochmal kurz drauf, dann hier auf die Straßen. So, jetzt muss ich mal gucken. Linker Baum pappeln lassen wir einfach mal und rechts kommt nichts hin, denn rechts ist dann wie gesagt unser Stadion. So, und dann muss ich jetzt gerade mal schauen, wie ich das hier am besten hinbekomme. So viel Platz brauchen wir hier wie gesagt gar nicht. So, dann würde ich das jetzt einfach kurz hier so hinbauen sozusagen, diese Straße. Genau. Gut, und jetzt hat er dummerweise rechts trotzdem was hingebaut, weil ich hier den Nadelbaum nicht ausgewählt habe. Ja, das war jetzt dumm. Moment, das machen wir einfach nochmal. Dann reißen wir das hier einfach nochmal ab. So, gehen jetzt nochmal hier drauf und bauen diese Straße jetzt noch einmal. Bloß eben, dass auf der rechten Seite der Straße jetzt nichts wächst nach Möglichkeiten. So, genau. Das läuft auf jeden Fall. Da haben wir hier so ein bisschen Platz dazwischen. Das mit der Stromleitung hier, das können wir gleich auch noch anders lösen. Die können wir gleich auf der Seite hier rüber bauen. Und dann gehe ich jetzt hier einmal kurz auf die Lupe und wähle nochmal das Stadion aus und platziere das dann hier einmal schön mittig. So, jetzt muss ich aber gerade mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kacheln auf der rechten Seite. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 auf der anderen. Das heißt, ein nach hier. Dann haben wir das komplett symmetrisch hier platziert. Und genau, das ist quasi ein richtig schönes Bergstadion. Fügt sich hier wunderbar ein. Unten haben wir dann unser Fußballfeld, wo dann der FC, ja, der FC Zürich dann am besten spielt. Oder Klein-Zürich. Ich weiß gar nicht in der Schweizer Liga, wie gut die sind. Das können ja die ganzen Schweizer mal in die Kommentare schreiben. Schweizer Fußball irgendwie, muss ich sagen, verfolge ich jetzt nicht so aktiv. Ja klar, es gibt so ein paar Mannschaften, die kennt man. Young Boys, Bern und so die ganzen Vereine. FC Zürich ist ja, glaube ich, auch in der ersten Liga, in der ersten Schweizer Liga auf jeden Fall vertreten. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche Vereine da so populär sind. Und ob ihr überhaupt Fußballfan von irgendwelchen Schweizer Vereinen seid. Das kann ja auch sein, dass euch das Ganze überhaupt nicht oder gar nicht interessiert. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Hier rechte Seite, linke Seite. Das heißt, ich muss das so runterbauen. Juhu, das läuft genau. So, und jetzt müssen wir gerade mal gucken. Eigentlich können wir hier die Tannen, nee, können wir nicht stehen lassen. Die gestalten wir noch ein bisschen um. So, da gehe ich jetzt gerade mal hier drauf. Den Pinsel mache ich ja ein bisschen kleiner. So, und dann wird jetzt der ganze Kram hier kurz mal abgerissen. Denn da würde ich jetzt ganz gerne, ja, so ein paar Wege hinbauen. So, das heißt, einmal kurz hier drauf. Und, ja, dann kommt hier auf jeden Fall schon mal so eine Verbindung hin. Zack, genau dasselbe machen wir hier drüben auch nochmal. Und wir müssen ja dran denken, wir haben, alter, der Kreisverkehr ist direkt wieder ein bisschen krumm geworden. Den verschieben wir gleich auch noch ein bisschen. So, ich kann mal gucken. Hier, genau. Dass das wieder eher wie ein Kreis auch aussieht am Ende. Jetzt gerade mal gucken, wie machen wir das denn am besten? Na? Ja, ich glaube, das passt wieder. Die Moved Mod ist einfach so geil. Ich liebe sie. Genau. Das ist immer das Problem, wenn man hier nämlich Straßen platziert, dass der den Kreisverkehr dann so ein bisschen, ja, zerrupft manchmal und so. Und hier habe ich jetzt einen kleinen Trick, wie wir diesen kleinen Fehler hier beheben können mit dem Baum hier. Ja, einmal so updaten und dann nochmal upgraden. Genau. Dann haben wir jetzt sozusagen hier noch links den, ja, Pappelbaum sozusagen stehen. So, in der Mitte des Kreisverkehrs ist, da könnten wir auf jeden Fall auch nochmal gerade gucken, irgendwie so eine schöne Landschaft hinbauen. Gerade gucken, ob ich hier irgendwas habe. Ja gut, das sind die Bunkeranlagen. Die kommen, wie gesagt, ins Jungfraujoch oder da oben drauf. Das passt auf jeden Fall alles hier nicht so gut. Ich gucke aber dennoch nochmal hier bei den ganzen Props und so weiter. Übrigens, ich habe ein kleines Problem aktuell. In dem Stream, den ich, ja, regelmäßig mache, habe ich das Problem, dass dort keine Katastrophen mehr ausgelöst werden. Und ich habe die Befürchtung, dass das mit irgendeiner meiner Modifikationen zusammenhängt. Ich konnte noch nicht identifizieren, welche das ist. Ich würde mich aber super drüber freuen, wenn ihr irgendwie eine Ahnung hättet und mir da weiterhelfen könntet, woran das Ganze liegt. Also wie gesagt, falls ihr da irgendeine Idee habt, ab in die Kommentare damit. Und genau, würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Gut, jetzt muss ich hier mal gerade gucken, was wir hier in die Mitte reinbauen. Also wie gesagt, so ein Brunnen wäre natürlich ganz schön geil. Aber, hm, das passt hier alles nicht so richtig hin. Ich weiß nicht. Ich klicke mich jetzt gerade hier erstmal so ein bisschen planlos durch und gucke, ob ich hier irgendwas finde, was wir irgendwie gut platzieren könnten. Aber so richtig was finden, was hier gut passen würde, finde ich jetzt gerade nicht. Am besten wäre so eine Statue irgendwie in die Mitte. Vielleicht unter Parkanlagen. Da könnte ich jetzt gerade auch nochmal kurz gucken. So, hier haben wir wie gesagt auch zahlreiche Gebäude, die wir hier bauen können. Was ist das eigentlich? Ich glaube, das ist tatsächlich eine Brücke oder sowas. Die sieht natürlich richtig geil aus. Da können wir mal gucken. Die kann man natürlich auch irgendwie recht geil dann hier drüber bauen. Wobei natürlich, ja, das ist ein bisschen, also plattsparend ist das jetzt nicht, gerade wenn ich diese Brücke hier hinsetze. Wir müssen mal weiter gucken hier. Da gibt es auf jeden Fall noch weitere Assets, die wir hier gut bauen können. So ein Turm in die Mitte zum Beispiel. Wobei ich glaube, den haben wir hier drüben auch schon mal platziert, so einen ähnlichen. Ja, mal gerade gucken. Oder hier so eine Fußball-Fußgängerbrücke oder sowas. Das wäre auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Hm. Aber so richtig passend tut jetzt hier erstmal nichts. Hm. Ich scroll mich einfach mal durch. Ansonsten bauen wir da gleich einfach diesen Turm in die Mitte. Was soll's? Was ist das hier eigentlich? Oh, das National Taichung Theater. Das ist ein bisschen zu groß. Das nehmen wir nicht. Das ist nochmal diese Staatsbibliothek hier. Die ist glaube ich auch einfach ein bisschen zu unpassend hier. Ich hätte wie gesagt gern einfach so eine Statue in der Mitte oder sowas. Das wäre halt wirklich richtig geil. Aber da haben wir nichts Passendes. Was ist das hier? Wobei, warte mal hier. Wie sieht's denn damit aus? Ja komm, sowas wäre doch geil. Und die nehmen wir einfach. Und die nehme ich jetzt, platziere ich jetzt mit der Moved-Mod hier noch so ein bisschen mittiger. Genau. Das läuft auf jeden Fall. Genau. Wunderbar einmal hierhin platziert. Und genau, da würde ich dann jetzt gleich einmal die Brücke hier auch so entlang führen. Deswegen verschiebe ich das gerade nochmal so ein bisschen. Genau. Hier einmal rüber. Und dann gehe ich jetzt hier nochmal kurz auf unser Weg-Tool hier drüben. Wähle einmal die Wege aus. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Wie gesagt, hier fahren die ganzen Busse entlang. Hier ist unser Parkhaus. Und da könnten wir hier eigentlich gut diese Brücke einfach so hochgehen lassen. Erstmal auf 12 Uhr hoch. Genau. Und dann führen wir die jetzt sozusagen hier einmal über diesen Kreisverkehr drüber mit der Road-Energie natürlich an. Genau. Dann einmal hier rüber. Und dann einmal hier rüber. Genau. Dann hier noch einmal rüber. Und an der Stelle führen wir das Ganze jetzt zentral runter wieder auf, ja, sozusagen hier diesen Ground-Level. Das läuft auf jeden Fall. Passt wunderbar. Hier vorne bräuchten wir eigentlich noch eine Stütze. Deswegen werde ich jetzt gerade diesen Brückenabschnitt noch einmal bauen. Zack. Genau. Dann haben wir hier nochmal die Brücke dabei, wollte ich gerade sagen. Die Stütze. Moment. Machen wir nochmal so. Und dann machen wir nochmal so. Was macht der? Hallo? Genau. Hier einmal bitte diese Stütze hinsetzen. Und dann auf der anderen Seite hier irgendwie verbinden oder so. Der reißt jedes Mal diese Stütze hier ab. Also das finde ich gerade irgendwie nicht so geil. Moment. Da muss ich jetzt gerade mal gucken, wie ich das am besten mache. So einmal hier rüber und einmal hier rüber. Das passt irgendwie alles nicht. Alter, das ist ja wieder geil. So. Das heißt, wir müssen das hier gerade so ein bisschen kleinmaschiger machen. Das heißt, hier ohne andocken. Einmal hier rüber. So und ab hier mit Docken wieder weiter. Das heißt, so mit diesen kleinen Systemen. Ne, es geht aber auch nicht. Dann habe ich eine andere Idee, wie wir das gleich machen können. Ich glaube, ich kriege nämlich diesen Brückenpfeiler auch im Notfall manuell platziert. Ja, das heißt, ich kann, kann ich den hier einzeln auswählen? Ja. Genau, kann ich. Und dann kann ich den nämlich hier kopieren. Dann machen wir es jetzt einfach so. Genau. Wobei der den jedes Mal wieder löscht. Warte mal, gerade gucken mit der Umschalt, mit der Prop und Tree Anarchie an. Vielleicht klappt es damit. Ne, geht nicht. Ah, dieses Spiel macht mich manchmal fertig, ehrlich. So, gerade gucken. Hier hin platzieren geht auch nicht. Okay, das heißt, ich gehe jetzt nochmal gerade hier ein bisschen anders vor. Ich gehe jetzt einmal hier drauf und tippe hier Bridge ein. Denn da gibt es, wie gesagt, Pfeiler, die wir manuell platzieren können. Da gucke ich jetzt einfach mal. Vielleicht finden wir auch irgendwas, was hier supergeil irgendwie noch mit reinpasst. Hier, so eine Pedestrian Suspension Bridge zum Beispiel. Das Problem ist, dass wir darunter Straßen haben. Und die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das hier ist insgesamt ein bisschen zu groß. Das müssten wir quasi runterskalieren können. Das können wir aber leider aktuell nicht. Ansonsten, dieser Pfeiler hier, ja, der ist auch ein bisschen zu breit irgendwie insgesamt. Mal gucken, hier sowas Modernes irgendwie. Hm. Ich platziere das einfach mal. Ja, da ist natürlich auch wieder eine Brücke drunter. Mist. Ne, das können wir nicht machen. Das sieht doof aus. Alter, Leute, das ist wieder ein Gefummel hier. Es tut mir echt schon wieder leid. Aber, ähm, ich kann es gerade nicht anders lösen. So, das sind jetzt diese ganz normalen Bridge-Pillar hier. Die sind aber auch alle viel zu groß, mit Abstand zu groß. Ähm, das ist alles irgendwie sehr unpassend, was wir hier gerade haben. Naja. Hm, hm, hm. Wie, wie löse ich das jetzt am besten? Ich habe eine, ich habe eine Idee. So, das ist jetzt wirklich das maximale Gefummel. Ich platziere jetzt gerade hier einmal kurz eine Brücke. Reiß den ganzen Kram hier nochmal kurz ab. So, und was wir jetzt machen, wir werden jetzt ganz viel mit der Move-It-Mod hier arbeiten. So. Ja, wobei, das geht jetzt auch nicht. Alter, Leute, kotzt mich das gerade an. Ehrlich. Das ist echt zum Kotzen. Ich brauche, wie gesagt, nur diese Brücke, ohne die Straße irgendwie bauen zu können. Das ist gerade richtig nervig. Na gut, egal. Ich baue jetzt einfach die Wege. Was soll's. Und werde mich dann im Steam-Workshop nochmal umschauen. Wenn ich da noch irgendwas finde, hier für diese Pfeiler, die fehlenden hier, dann werde ich das runterladen. Und dann, wie gesagt, nochmal manuell platzieren. Denn, ja, so sieht das echt ein bisschen doof aus. Ich lasse das jetzt erstmal so. Denn ich glaube, das ist für euch sonst ein bisschen langweilig vom Angucken hier. So, auf jeden Fall bauen wir jetzt hier nochmal kurz diese Verbindung so ein bisschen weiter. Ohne andocken. So, einmal hier. Und Prop und Tree ändere ich hier einmal aus. Genau, und diese Leitung hier, die bauen wir auf jeden Fall nochmal neu. So, hier nochmal abreißen. Und dann gehen wir hier nochmal auf das Stromnetz. Und, genau, dann platzieren wir die quasi jetzt einmal hier vorne. So, ne. Und, ja, dann einmal hier rüber. Über die Straße sozusagen. Und dann läuft das auch. Genau. Gut. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, einmal den Weg. Dann brauchen wir hier nochmal diese Querwege. Und hier außenrum mache ich dann wieder so ein kleines Gewurschtel. Zeige ich euch gleich, wie ich mir das gedacht habe. Einmal hier, wie gesagt, rüber. Zack. Genau, und dann bauen wir das hier mittig auch nochmal bei dem Parkplatz hier so rüber. So einen kleinen Anschluss. Und hier drüben natürlich auch noch einmal. So, und da drüben haben wir, wie gesagt, auch noch einen Anschluss. Das passt alles soweit. So, und ab hier mache ich das dann immer ganz gerne so, dass ich, ja, das dann hier so ein bisschen spiegelverkehrt, synchron, äh, spiegelverkehrt, sag ich schon, symmetrisch baue. So, 4 Uhr. Und hier auch 4 Uhr nach oben. Genau. Dann machen wir hier 5 Uhr draus. Und das einmal hier. 5 Uhr, 3 Uhr. Und das machen wir hier auch nochmal. 5 Uhr nach oben. Und 3 Uhr nach links. Genau. So, und dann machen wir das hier nochmal mit 5 Uhr nach hier. Und, äh, dann geben wir das hier oben in die Ecke ab. So. 5 Uhr nach hier und oben in die Ecke. Genau. So, und damit haben wir jetzt hier, wie gesagt, so ein kleines Muster schon drin. So, und das Muster vervollständigen wir noch, indem wir das hier mit dem Parkplatz auch nochmal verbinden. Hier an der Ecke. Genau. Hier auch nochmal. Zack. Genau. Und dann natürlich ganz wichtig hier, ähm, ja, hier brauchen wir auch noch so eine kleine Querverbindung. So, hier auch nochmal hoch und das Ganze hier nochmal unten anschließen. So, das machen wir hier auch nochmal. Zack, hier. Und dann hier nochmal so eine Querverbindung nach oben. Und dann das Ganze hier unten einmal kurz anschließen. Genau. Gut. Dann brauchen wir hier noch so eine kleine Verbindung. Genau. Dasselbe machen wir hier drüben auch nochmal. Hier und dann hier unten einmal das Ganze angeschlossen. Genau. So, und jetzt können wir das Ganze nämlich auf jeden Fall dekorieren ausreichen. Das heißt, hier so ein paar Felsen zum Beispiel mit reinsetzen in die Mitte. Ähm, da muss ich gerade mal gucken, welche hier gut passen. Hier vorne einer, hier vielleicht noch so einer. Und, ähm, ja, dann können wir hier, wie gesagt, vielleicht noch so ein paar kleine hin platzieren. Ich habe gerade eine Idee. Haha. Mal gerade gucken, wie sieht das Ding denn aus hier? Können wir das als Brückenpfeiler missbrauchen? Hehe. Ich glaube schon. Warte mal. Das machen wir jetzt einfach. So, Moment. Das heißt, das schiebe ich jetzt einfach mal kurz hier rüber. Äh, drehe das hier nochmal so ein bisschen. Das sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Hehe. Ja, cool. Und dann kommt dasselbe hier drüben nochmal hin. So. Und, äh, hier natürlich. Zack. Und hier drüben auch nochmal. Genau. Und dann natürlich hier, dass es alles ein bisschen ähnlich auch aussieht. Und, äh, genau. Ja, äh, hätten wir es. Komm, dann machen wir das einfach so. Passt auf jeden Fall. Sehr schön. Und, äh, da machen wir jetzt hier auf jeden Fall weiter. Hier kommen jetzt, wie gesagt, noch so ein paar Pflanzen und Bäume etc. hin. Ähm. Ähm, da muss ich jetzt gerade mal gucken, welche wir dann am besten hier platzieren. Ähm, auf jeden Fall gerade mal hier auf einzelnen Stellen. Wie gesagt, das können wir ja ruhig hier so ein bisschen grüner und abwechslungsreicher bauen, dass wir ja jetzt nicht die Pappel nehmen, sondern wie gesagt mal was komplett anderes. So, das heißt einmal diesen Baum hier und, äh, ich scroll mal gerade ein bisschen weiter nach rechts durch, denn ich habe, wie gesagt, noch ein paar weitere Bäume runtergeladen. Was ist das denn hier? Das sind so ein paar Birken, die könnten wir auf jeden Fall auch noch platzieren. Hier noch so ein paar hin und da. Hier hin vielleicht auch noch so eine Reihe. Genau eins, zwei und drei. Dann hier noch so mittig eine platzieren. Wunderschön, genau. So, und dann hier natürlich nochmal die obligatorischen Pappeln. Die haben wir ja bisher immer gemacht. Und, äh, genau, dann hier noch so ein bisschen Gras platzieren, ne, dass das hier nochmal so ein bisschen abwechslungsreicher aussieht. Ähnlich wie bei dem Güterbahnhof hinten auch. Genau, dass wir das einmal hier so ein bisschen voll klatschen alles. Und jetzt ganz wichtig, damit das sozusagen den letzten Feinschliff auch noch bekommt, natürlich auch wieder hier ein bisschen mit den Blümchen arbeiten, wobei ich das jetzt hier ein bisschen, äh, anders baue als sonst. Sonst habe ich das hier immer so sehr dicht bebaut. Aber, genau, dass wir das hier so ein bisschen lockerer mal bebauen mit den Blumen. So, dass wir hier nochmal so ein paar Blaue hin platzieren. Hier auch. Hier unten auch nochmal an die Ecke so ein paar Blaue. Zack, einmal hier hoch. Einmal hier, genau. Und dann hier machen wir nochmal diesen kleinen, diese kleine Kante voll. Genau. Also, wie gesagt, gar nichts Kompliziertes jetzt einfach, dass es insgesamt so ein bisschen abwechslungsreicher aussieht. Gut, da müssen wir gerade mal gucken hier. Dieser Summer Tree, der gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Den können wir dann hier noch so in die Mitte rein platzieren. Und hier vorne vielleicht noch an die Ecke. Zack, genau. Und damit hätten wir das eigentlich jetzt auch fertig. Ja, wie gesagt, Leute, damit auf jeden Fall, äh, hätten wir dieses, diesen Bereich des Stadions jetzt fertig. Jetzt haben wir aber, wie gesagt, beim Stadion noch ein bisschen mehr, was wir bauen können. Und zwar lösche ich das hier gerade mal. Und ich baue jetzt daneben noch das Eishockey-Stadion, wobei ich glaube, das würde ich eher hier drüben in diese Richtung, in diese Ecke reinbauen. So, und das ist dann einmal, zack, genau, wird dann hier hin platziert, dass wir ja sozusagen so ein richtiges Sport, äh, genau, so ein richtiges Sportzentrum haben in dieser Ecke. Gut, äh, jetzt gerade mal hier reingucken, genau. Dann bauen wir nämlich hier einmal kurz, äh, diesen Weg drumherum hier, na, einmal hier, zwei U, genau, und hier runter. Und dasselbe machen wir hier auch nochmal gerade, zwei U. Und dann hier einmal verbinden. So, und dann bauen wir jetzt sozusagen hier einmal kurz diesen Bereich drumherum, äh, hier auch nochmal gerade nach oben. So, das müssen wir jetzt Pi mal Daumen abschätzen, dass wir das da oben einigermaßen symmetrisch hinbekommen. Ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Ja, wunderbar, perfekt. Und, äh, dann schließen wir das hier nochmal kurz mit den Ecken hier oben an, in diesen Bereichen, genau, sehr schön. Und, ähm, ja, da gehen wir jetzt auch wieder ein bisschen mit dem Landschaftsbau einmal durch. So, platzieren hier, wie gesagt, noch so ein paar Bäumchen hier vorne. Und hier kommen auch noch ein paar hin. Die Tanne lassen wir da jetzt einfach mal stehen. Genau, dann hier nochmal entlang. Und jetzt gehe ich wieder nach rechts und, äh, ja, schnappe mir hier nochmal, wie gesagt, so ein paar Blumenbeete, die wir hier einmal so rein platzieren. Na, einmal hier so rum, so in Rot erstmal, genau. Das läuft. Und dann nehmen wir hier noch so ein bisschen Gelb mit rein. So, na, einmal hier so am Rand. Das machen wir hier drüben auch nochmal. Und hier drüben auch, genau. Und jetzt gehen wir auf die Rosen. Und dann nehmen wir jetzt hier sozusagen die Innenreihen. Und die werden jetzt einmal komplett blau bepflanzt. Also hier vorne einmal. Und, äh, das machen wir hier oben auch nochmal. Zack, hier einmal komplett blau. Und hier diese Innenseite auch nochmal komplett in blau. Ja, und damit hätten wir diesen Bereich des Stadions auch noch fertig. Ich glaube, bei den Brücken macht es jetzt Sinn, wenn ich da noch so eine kleine Abkürzung rüberbaue. So. Äh, was habe ich jetzt gemacht? Ach, ich gucke einmal in den Himmel. Genau. So, das heißt, wir bauen jetzt einmal kurz hier diese Brücke sozusagen rüber. Einmal bis hierhin. Und lassen die sozusagen jetzt hier erstmal kurz runtergehen auf die, ja, auf diesen Ground Level hier sozusagen. Und dann einmal hier kurz quer verbinden. Dann hätten wir diesen Bereich auch fertig. Und, genau, das Ganze sieht auf jeden Fall schon recht cool aus. Jetzt müssen wir ja vorne diese Bereiche noch gestalten. Das geht jetzt aber auch recht schnell. Ich überlege gerade mal hier, platt, ja, machen wir einfach nochmal mit diesen kleinen, äh, Felsen noch so ein bisschen was. Gerade gucken, der ist ein bisschen zu groß. Aber hier einfach noch so ein paar Felsen platzieren. Dann hier nochmal so ein Quersetzen. Und hier auch, ne, alles so ein bisschen symmetrisch. Und, äh, genau, so geometrische Formen, die wir dann hier erzeugen, ne. Dass es einfach dann ein bisschen interessanter unterm Strich aussieht. Gut, damit hätten wir das auch. Jetzt gehe ich hier gerade nochmal auf die Bäumchen drauf. Hier kommt jetzt, wie gesagt, nochmal so eine dicke Rosenreihe hin. Und, äh, mal gerade gucken, was ist das hier? Das sind wieder unsere obligatorischen Pappeln. Und, wie gesagt, da platziere ich hier nochmal so ein paar, dass es einfach dann so ein bisschen symmetrischer aussieht. Hier noch eine, hier noch eine da. Und hier noch eine hin. Dann hier vielleicht noch so genau. Ja, und damit hätten wir jetzt, wie gesagt, unseren Sportpark hier an der Stelle auch einigermaßen fertig. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Daumen nach oben. Und Abo nicht vergessen, falls ihr es nicht eh schon dagelassen habt. Ansonsten auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es wieder heißt, Let's Play City Skylines Snowfall, beziehungsweise Natural Disasters. Aber wir haben das hier in Snowfall angefangen. Und deswegen sage ich das jetzt auch immer. Und genau, ansonsten Anregungen, Kritik, Ideen, was, wie gesagt, was euch alles so in den Sinn kommt, ab in die Kommentare damit, damit ich das auf jeden Fall auch noch umsetzen kann alles. Und genau, in diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Tschüss, euer Memphysis. Ciao.